Scheiße, ey, Mann. Das nervt mich gerade so, dass ich halt nicht weiß, wie ich an diese Scheiße-Nezerhuhn komme, Alter. Das hat das Problem. Ich habe eine große Plattform im Nether gebaut, wo die Scheiße-Hühner spawnen sollen, aber tun sie ja nicht. Das ist ja das Ding. Ja, lull. Willst du mich verarschen, Alter? Was tun für ein Hässliger? Boah. So, und jetzt sollen hier Hühner spawnen oder was? Oder ich weiß es nicht. Oh mein Gott. Als ob auch genau jetzt, Digga, dieses Behinderte-Standards-Gelied kommt, Alter. Digga, dieses Standard-Skill-Lied, was immer kommt, wenn er gewinnt, das ist gerade gekommen, als ich runtergefallen bin, alle meine Eides verloren haben, im Nether, wo ich jetzt nie wieder dran kommen werde, stark. Du hast sie alle verloren, komplett? Alles weg. All gone. All gone. War da ein wichtiges Zeug dabei? Digga, alles. Oh, du bist ziemlich nackig. Du siehst sehr nackt aus. Alter, Mann, Digga, was mach ich denn jetzt? Hey. Jetpack geht nicht, Wasser geht nicht im Nether, Leute. Ich hab verkackt. Wer bist du denn, Junge? Wer bist du, Alter? Jungs, da spawnen nur Wizard-Skelette, aber keine, keine Chickens. Ich hab keinen Bock mehr auf den Nether. Da! Da ist es! Ja! 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 Dreh die Standard-Skelette-Musik auf! Ja! 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 Was ist denn das da eigentlich für einer? Lass den Typen in Ruhe. Der Imp? Ja. Lass den. Was ist das? Was ist das für einer? Der sieht aus wie Primax and Climb. Alter, geil. Meine Sachen holen wir gleich wieder, Leute. Mit Fire Resistance Potion und Lava, die ich da runterlaufen lasse. Irgendwie sowas mache ich. Keine Ahnung, Alter. 10.000 IQ Play. Witchwater könnte funktionieren, aber Witchwater? Witchwater macht Damage, Leute. Mit dem Öl aus dem Ofen, das kann man da platzieren. Oh mein Gott, Leute. Das Ofenöl, Leute. Wir nehmen einfach Öl im Nether. Für was? Ja, Digga, was will mir Minecraft verbieten, Alter? Leute. Hallo? Hallo, Leute. Ich kann ja auch Milch benutzen von der Kuh. Ja! Boah, Romatrain, wir kochen gerade die Gefühle nach ganz oben nach Mexiko, Alter. Freut mich richtig. Ich spawnen gleich ein Wizard, ist mir egal. Starb, ey. So, wir versuchen es jetzt mit verschiedensten Sachen. Wir nehmen einen Eimer vom Öl. Und einmal nehmen wir einen Milcheimer. Und dann gucken wir mal, was davon funktioniert, Leute. Komm, ey, du geile Sau. So. Easy. Boah! Hör mal auf hier! Ei! Ei! Korunte, Junge! Ah! Komm, hör mal auf jetzt, bitte. Hör mal auf, ey! Romata, Hilfe! Du hast einen Bogen, oder? Hilfe, komm schnell. Ich brauche einen Bogen schützen. Romata, Hilfe! Ich habe keinen Bogen. Romata, schnell! Komm, auf den Bogen! Romata, ich spiele Ping-Bong mit dem Teufel, Alter. So, ich habe einen Bogen. Und jetzt brauche ich ja noch Pfeile. Arrow. Wir können keine Pfeile machen. Ich habe einen Bogen, aber ich habe keine Pfeile. Ah, doch, ich habe Pfeile. Alles gut, ich habe. Nein, es geht nicht. Was soll ich abschießen? Sag mal, was ich abschießen soll. Okay, Leute. Öl geht nicht. Öl geht nicht. Was mache ich jetzt? Öl geht nicht. Scheiße, Alter. Ja, soll ich jetzt noch irgendwas abschießen? Ja, ja. Den, 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 den Ekligen da. Romata, hast du Cobblestone dabei? Oh, da ist ein Nitro-Creeper. Ach, was muss ich jetzt Cobblestone holen? Ich muss 2000 IQ-Plates machen, bitte. Aber nur, wenn du mir sagst, was du damit machst. Du musst mir ganz genau, ausführlich erklären. Es geht auch nicht, Scheiße. Witchwater und geht nicht. Ich habe eine Idee, Leute. Ich habe eine ganz grandiose Idee. Passt mal auf. Ihr werdet mich jetzt für verrückt halten, aber... Soll ich dir jetzt Cobblestone bringen oder nicht? Ja, bitte. Cobblestone und Boote. Wir brauchen Boote, Leute. Wir retten jetzt meinen Scheiße, Alter. Oh, Boote, gut, dass wir inzwischen in der Zeit, in der ich Holz automatisierte, haben wir 530 Oakwood gemacht. Leute, ich mache jetzt... Nee, 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 passt mal auf. Ich habe eine viel geilere Idee. Ich bringe mich jetzt immer weiter um, bis da unten richtig viele von diesen Ebenen gespawnt sind. Richtig viele Cobblestones, so wisst ihr. Und dann... Auf der letzten Ebene da auch ganz unten. Warte, ich brauche eine Pickaxe. Okay, Romata, jetzt, jetzt, jetzt wird es lustig. Jetzt wird es lustig. Achtung, hast du Holz dabei? Ich habe Stein dabei. Und ich habe fünf Boote für dich. Geil. Wie viele Steine hast du dabei? Vier Stein. Ich habe jetzt mal vier Stacks dabei. Reicht. Aber ich will mich nicht umbringen. Ich aber. Ich mache hier No-Death-Run. So. Passt auf, Leute, jetzt. Kranken wachsen lassen. Alles dumm, alles dumm, alles dumm. Ihr werdet jetzt, werdet ihr das größte und beste Minecraft-Player der Welt sehen. Komm mit, Romatra, pass auf. Ihr habt OP-Äpfel. Wir haben nur einen OP-Äpfel. Den werden wir jetzt nicht benutzen, Leute. Jetzt ist es nämlich spannend. Achtung, passt mal auf. Ich bin nämlich hier unten... Hier bin ich nämlich gestorben. Passt mal auf, hier. So, ich kann ja... Boah, sch... Ich bin schon wieder. War wieder ein ganz knapper Hase. War ein Entfernung-Creeper. Alles gut. Hat sich alles bewährt? So. Wenn ich nämlich jetzt hingehe, Romatra... Mhm. Okay, ich save jetzt alle meine Sachen hier drin, ja? Mhm. Ich springe nämlich jetzt genau daneben. Achtung, bis gleich. Scheiße, da drauf gelandet ist egal. Du bist drauf gelandet. Ich mache jetzt da unten richtig... Ich mache jetzt da unten richtig viele... Richtig viele Cobblestones, weißt du? Dann fahre ich mit einem Boot auf die Cobblestones drauf runter, ja? Und dann hole ich meine Scheiße davon weg. Verstehst du? Du kannst doch einfach jetzt schon mit dem Boot runterfahren. Du bist doch gerade drauf gelandet, oder? Ich lande immer am gleichen. Scheiße, ich lande immer am gleichen, Leute. Geh mal das Boot, Romatra. Ich tue alle fünf Boote hier rein. Kannst du mir ein bisschen Stein geben? Ich tue alle Stein hier rein. Und du kriegst sogar noch drei Gold-Oar-Pieces. Soll ich dich runterschucken? Ich war einfach dran fein. Wie geil. Scheiße, Alter. Du hast noch vier Versuche. Du hast alle Boote in deinem Inventar gehabt, dass du runtergefallen bist. Echt jetzt? Du bist halt so ein Scheiße-Board. Sand ist auch eine Idee. Leute, Sand ist auch eine Idee. Sand. Wir versuchen es mit Sand. Nehmt Blut, um runter zu schwimmen. Wir nehmen Sand. Sand. Achtung, Nezermann. Oh mein Gott, Alter. Wir werden sehen müssen, wie das... Guck mal, da fight for me. Fight for me. Ich klatsche ihn. Pass auf. Hey, du hast ihn einfach in den Untergang geschossen. Er hat dir nichts getan und du hast ihn einfach getötet. Bin ich jetzt genau drauf? Ne, überhaupt nicht. Oh, aah. Eins noch, oder? Noch eins. Leu... Du gehst übrigens gerade zu dem Falschen. Aber es ist ja sch*** egal, wenn du unten bist. Sagen Sie sich, der Sand poppt, weil das jetzt... Der Sand geht kaputt. Alter. Scheiße. Romatra-Boote ranbringen. Ich spring nochmal runter mit ein paar Cobblestone und versuche, welche zu placen, wenn ich runterfalle. Ist auch eine Idee. Ich stack die Gräber einfach bis nach oben. Ich brauche eine Menge Boote. Kann man Cobb-Web-Craften? Okay, warte. Ich versuche eine MLG, Leute. Ist das spannend gerade. Romatra, Junge. Romatra. Cobb-Web, Leute. Man kann Cobb-Web-Craften. Cobb-Web-Crafting. Mana-Infused-String. Ja, toll, Leute. Wo kriege ich denn Blut her? Ja, ich muss den Mana-Infused-String haben. Ne, das funktioniert nicht. Ich muss es mit Booten machen, Leute. Ich habe neun Boote, ja. Reicht nicht. Ender-Perle haben wir keine. Game-Mode ist keine Option. Game-Mode ist halt echt keine Option. Ich habe das gesagt. Ich mache jetzt mit, gell? Du machst mit? Ich mache mit. Ich habe jetzt hier vier Boote. 13 Level habe ich. Ich kann immer nur ein Boot benutzen. Hast du es geschafft? Romatra? Ich will wirklich nicht drüber reden. Brot weglegen. Scheiße, 61 Brot gewastet unten. Romatra, wir machen einfach ne riesige Fläche aus ganz vielen Gräbern. Da springen wir gleich runter. Ja, komm. Und da fahren wir gleich. Wir springen jetzt so oft da runter, bis wir da alles unten haben. Wir springen noch ein paar Mal. Nee, wir springen jetzt. Aufhören jetzt! Ich hau die mit der Faust! Oh. Nice. Alter, das war aber ein Punch Man, Alter. Ohne Boot runter, ohne Boot runter erstmal. Erstmal eine Fläche machen. Wo bin ich? Das ist Cheaten. Das ist nicht Cheaten. Das ist Intelligenz. Aufhören jetzt. Was ist ein Compressed Skeleton? Mann! Wieso lande ich denn die ganze Zeit da drauf, Alter? Geil, haben wir noch eine erstellt? Okay, wir müssen noch ein paar mehr Grabsteine machen. Komm. Leute, das funktioniert, das funktioniert. Das ist Entertainment, Alter. Komm Romatra, wir müssen uns richtig oft jetzt umbringen, bis wir die Sachen zurückhaben. Oh, ich... Komm, wir springen zusammen, okay, Schatz? Oh! Ja, geil! Der ist direkt daneben einer gespawnt bei mir. Perfekt. Wenn wir jetzt immer daneben jumpen, ist es insane. Dummes Kind, der ist in den Nessern gegangen. Ganz knapp daneben jumpt. Oh ja, der wird auch gut. Wir haben gleich genug, dass wir da runterfahren können mit dem Boot. Was passiert, wenn ich den Impa angreife? Ach, der rennt nur weg. Das wäre echt Trimax. Das... Oh, der sieht's aus wie so ein kleiner Trimax. Voll, voll. Ja, stark! Oh ja. Okay, Romatra, wir haben es, glaube ich, geschafft. Jetzt können wir mit dem Boot da runter. Nein! Fall... Ah, nein! Okay, Romatra. Ich versuch's jetzt, ja? Warte kurz, ich will nicht dabei sein. Nein, ich war genau daneben! Romatra, kommt die Kobbelst du uns an? Nee, du durfst daneben. Bisschen weiter... Na... Ja, oh ja, noch ein Stück näher. Ja, noch ein Stück näher zu mir. Also, äh, Richtung Ausgang musst du noch werfen. Ja, ja, da ist gut. Einen hab ich, zwei hab ich. Wie viel hast du jetzt schon? Drei. Die, die kommen gut, die kommen gut. Sieben. Okay, bau mal drüber rum, bau mal drüber rum. Ja, wenn du jetzt einfach drüber rum baust. Teig mal vorsichtig aus. Ich kann hier nicht aussteigen. Ja! Oh mein Gott. Ja! Hast du die Kobbelstons? Ja, ich hab die Kobbelstons, ich bin ausgestiegen, es hat funktioniert. Da musst du drauf landen können auf der Plattform, die ist riesig. Ja? Das schaffst du. Okay, achte, Romada, ich komme. Ja, ja. Komm ich, genau? Komm ich gut? Ja, du kommst gut, du kommst gut, du kommst gut, du kommst gut. Oh mein Gott. Oh, das war... Alter. Kleine... Ich hab meine Sachen zurück. Ja! Komm, wir haben sogar eine Menge Erde generiert hier unten. Ey, das ist gar nicht so dumm, dass wir diese Plattform haben, weil just in case mal jemand hier im Nether stirbt, ne? Ah, stimmt. Okay, Romada, jetzt hoch hier, komm. Nach Hause. Das war extrem insane. Das war extrem insane. Oh mein Gott, das Kobbelstons hat doch gerade so gereicht. Gut, wir sollten den Nether auf jeden Fall ausleuchten wegen Creepern hier, ne? Ich schlag... Ich bring jetzt diesen Imp... Ich bring jetzt den Imp um mit dir, komm. Töte ihn. Ich hab keine Waffe. Töte du ihn. Oh, der macht... Was mit ihm? Hä? Was hat er getroppt? Raw Impite. Eating is probably good for you. Was kann man da was machen, Leute? Hä? Na, ist egal. Wir haben das Chicken. Wir haben das Chicken. Das ist die Hauptsache. Okay. Max geben und sagen, dass es heftig ist. Okay. Das machen wir damit. So. Jetzt brauch ich einen Redstone-Chicken, Leute. Danke für deine Hilfe, Romadra. Bis zum nächsten Mal.